herzlich willkommen zurück bei einer neuen runde startup panic unsere crew ist auch wieder zurück von ihrem gruppenausflug sind soweit alle happy das heißt jetzt geht es natürlich wieder ins training technologisch bin ich eigentlich soweit zufrieden mit allen deutlich höher gestiegen da ist mir sind glaube ich schon fast zu hoch für die meisten immer usability mal und schicken ja alle ins training acht leute für 35.000 sagt beschleunigen das ganze gilbert ink so was ist es ja natürlich helfen hier beste publicity und natürlich was für den guten zweck der war sehr nah an zu mir haben jetzt natürlich noch mal gucken ob es noch ein paar vernünftige möbel fernseher den würde ich gerne haben tour de france leicht sehr schön da haben wir hier in der spaß ecke war ja noch so ein fahrrad hingestellt wann kommt ihr denn zurück ihr müsst neue features umsetzen plus sechs ist okay das ist natürlich mies hier 6 7 ist sehr gut der wird er auch 7 dazu bekommen acht sogar nicht schlecht nicht schlecht weg okay so wie seht ihr aus employees group vacation meine gute aus dem training in den urlaub und leon das wieder länger weg bleiben market fair so wir brauchen halt immer noch 21,7 und was wollte sie haben 28 easy peasy ach gott da wurden wir schon wieder gehackt das ist doch scheiße was wurde denn gehackt so alle top motiviert alles klar das ist doch sehr gut feature und dann wollte ich doch mal hier gucken ob das klappt ihr macht das genau was mache ich ja eigentlich analytics technologisch sollte das soweit ganz gut sein mal 30 und es muss hat jetzt auch nicht so sein 30 probieren wir mal mein glück ich sage mich würde ich interessieren ob das dann hier auf dieses zweite ding einschlägt weil ich aber keine ahnung habe ich da sonst erfüllen sollte eigentlich habe ich ja mehr als sieben features in dem entsprechenden bereich aber zwei machen doch gerade gar nichts oder ja möchte ich natürlich ja auch nicht sehen 30.000 user mann 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 gilbert sinn ja das hat tatsächlich gezählt eins von sieben okay das ist gut braucht man hierfür vier employees einen employee das hatte vorher 7,7 die richtige und die anderen wer ist da sonst noch so dabei ihr beiden vacation ja dafür darfst du jetzt in urlaub fahren also holen dich rum die sind bei der fährein zur verfügung oh gott die sind da schon wieder alle scheiße drauf so die sind bei der fährein zur verfügung wir haben jetzt vier mitarbeiter die fertig sind sie zur verfügung das heißt das macht ihr natürlich push notifications so das register haben wir dann wieder repariert sehr schön sehr schön sehr schön wir machen hier eine Party Employees List Employees List Employees Group Vacation ja diese Post Content geht aber ganz gut sehr gut egal wofür ich mich da entscheide es ist scheiße leider video ist nicht so sonderlich gestiegen noch einen neuen mitarbeiter sehr schön company employees jackson ja was kann der jackson es connected sehr gut das heißt du kannst aber direkt ins training gehen wir hier und lernt mal ein bisschen aesthetics art ist zur verfügung hier sind zur verfügung das heißt wir gehen hier natürlich richtung video image ads ich kann lassen schimmer was ich dann nehmen soll nämlich hier einfach mal ganz so da sollte aber auch vollkommen ausreichen weil mit erwarteter stärke von neuen da sind wir deutlich drüber ja jackson kannst du direkt weiter zum training action jackson ja das ist ein bisschen schneller gehen so ja ne das kann man nicht viel machen außer den jackson halt wieder auf training schicken wenn ich usability hier da brauchst du unbedingt und push notifications das ist natürlich nicht ganz so gut geworden hätte man doch ein bisschen mehr reinstecken müssen marktanteil ist aber jetzt deutlich das ist nicht gut aber meine employees müssten doch jetzt wieder da sein nur um direkt wieder in urlaub ja dino park oder gar nicht gut dass der halt so viel werbung schaltet 23,4 das ist natürlich super noch einen neuen employee die abigail die journalistin das ist natürlich super aber direkt ins training technology hier bitte ok 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 das wäre es ja doch 3333 vacation das wieder zurück und natürlich jetzt auch video jetzt drei macht das 40 30 vielleicht ein bisschen weniger jetzt ausgeglichen habe ich drei dann gehst du ins training hilft ja nichts und zwar aesthetics bevor ihr gar nichts tut hier du machst auch training und zwar technology dann spulen wir auch wieder, boah, Louis ist zurück die abigail die muss aber leider weiter trainieren die ist noch nicht so weit dass wir hier mit den großen jungs zusammen entwickeln können damit sind jetzt zwei frei wo sind denn hier alle, 3, 3, 2 sind 3 1 2 3 4 da sollte ich jetzt noch mal lassen doch noch mal lieber die beiden noch mal auf vacation wiederum jammern das ist herz habe ich ja auch was für zwei mitarbeiter damit ihr irgendwas tut und das hier machen html files da soll muss natürlich gut aussehen nehmen wir 50% und das kriegt 25% und das kriegt 25% und dann sagen wir mal die VELAW so employees list vacation das können wir hier machen haben wir jetzt hier ab die dokumentation public und hat irgendeiner machen an der wert theoretischerweise drei rüsten hannah hannah oh i guess he has asthma so jackson du machst natürlich wieder training bist noch nicht so weit ausgereicht sehr schön so hier fünf leute 3 3 brauche ich hier hier noch mal warten bis dann zurück ist so dann feature 1 2 3 4 und tage wir wollen natürlich sowas haben immer wieder ein bisschen runter wir sind aesthetics bei mir immer scheiße art ist zurück wir haben drei leute kann das hier nicht von drei übernommen werden ich bin ja sicher wir wollen natürlich das auch wieder verbessern ich bin ja ich bin ja hat fire ist jetzt auch schon wieder motiviert will ich jetzt gerade ein bisschen marketing zu machen in basic project research die abigail ist jetzt frei aber die abigail ist leider noch nicht soweit deswegen muss sie trainieren die abigail so was machst du das machst du danke der jackson muss auch noch trainieren ich mag den gilbert jetzt schon nicht da market research dann marketing ich habe noch nicht genügend employees steht zur verfügung die anderen sind im training das war jetzt aber es ist ein in training in training an wollte mal langsam dann vielleicht doch wieder das automatische dingens hier anpassen die alle relativ unglücklich sind sie es steht zur verfügung die anderen sind immer noch unterwegs die anna ist auch wieder zurück vom barbershop das ist aber immer noch noch mal direkt weg die courtney ist zurück noch mal auf jemanden fünf leute die wieder zurück sind das heißt wir machen jetzt hier eine marketing kampagne recommended stats 21 so weit sind wir nicht das heißt wir machen radio video keine ahnung das da wird meine das sind in etwa zu investieren ja wir wollen ja auch haben video die hier drei macht das continue employees list abigail vacation employees list ist jetzt hier frei die johanna ist frei training noch ein bisschen marketing das team natürlich ich leckste mein gott er hat ja auch richtig viel vacation mein gotti wurden jetzt alle gut geboostert und auf online research public ali mass war es wie ein dokumentation von sieben wir warten jetzt mal bis hier alle fertig sind was gebracht sabotage 32.000 und lockt dann employees die ist auch zurück der markt hat er auch nicht steigend alle wieder zurück richtig alles klar das heißt es gibt noch ein grobentraining was nehmen wir jetzt nehmen wir mal aesthetics wir nehmen natürlich alle mitarbeiter mit 10 von 10 40.000 ja aber an dieser stelle würde ich dann jetzt auch mal sagen dass diese zeit jetzt auch gleich durch ist wir gucken jetzt noch mal was die sabotage mit sich bringt wahrscheinlich werden wir entdeckt erfolgreich hat er was gebracht irgendwie nicht so wirklich er hat natürlich gut wieder an gewinn dazu es wäre schon bei 40.000 user die sind alle abgewandert das ist doch wobei unser cash eigentlich immer ganz gut aussieht dank unseres investors wird halt noch video 28 zu bringen ja aber wie gesagt damit passt jetzt perfekt dann schauen wir uns noch mal an so art ist um sieben gestiegen naomi um acht ist natürlich super 64 ist nicht so toll 5 naja könnte besser sein 8 ist natürlich hervorragend 6 7 oder auch gut gestiegen auch um sieben und sie um acht perfekt damit sind jetzt alle wieder zurück employees list natürlich nicht ganz so glücklich das heißt es gibt jetzt erst mal nochmal einmal einmal group vacations für euch alle und danach schicke ich euch auf neue projekte aber wie gesagt in diesem sinne auf wiedersehen